Grüßt euch, grüßt euch, meine lieben, lieben, lieben Nachteulen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute mal wieder ein Roleplay. Ich konnte nicht anders, denn heute, nein gestern, habe ich dieses wunderbare, fast neue Prospekt bekommen und wollte damit dann unbedingt ein Reisebüro Roleplay machen, weil ich die selber auch so, so gerne gucke. Und ich mag das eben so gerne, diese, ja, Geräusche von oben blättern und so weiter. Und ich wollte euch nur schon mal vorher sagen, dass das böse C-Thema keine Rolle spielen wird in diesem Roleplay. Wenn du mal so hast, würde das nicht existieren. Und außerdem, da dieses Prospekt natürlich sehr alt ist, werden auch ein paar Informationen natürlich und Preise vollkommener Quatsch sein. Seht es bitte als Entspannung an und achtet nicht auf die Richtigkeit. Okay, das wäre super. Dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Wie Spaß. Oh, hallo. Hi, willkommen im ASMR-Reisebüro. Schön, dass du da bist und das Ganze nicht online machst, sondern noch ganz wässlich bei deiner Reiseberaterin Julia. Setz dich doch bitte. Gut, weißt du denn schon, wo es ungefähr hingehen soll? Weit, weit weg. Das kann ich verstehen. Ähm, sonst irgendwelche Wünsche, was du dort gerne machen würdest im Urlaub oder, ja, irgendwelche Vorstellungen, die du vom Urlaub hast. Okay, Sonne, Strand und Meer, das klingt schon mal gut. Sonst noch was? Auch Kultur. Ja, Sightseeing. Gut, 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 tauchen. Okay, das grenzt das Ganze schon ein bisschen mehr ein, aber dann weiß ich Bescheid. Dann würde ich mal einfach mit dir diesen wunderbaren, wunderbaren Prospekt durchgehen. Und ich mache dir einfach ein paar Vorschläge. Was hältst du davon? Gut. Ach ja. Ich habe schon ein erster Ideen. Jetzt muss ich nur gucken. Mal gucken, gucken. Es tut mir leid, der ist ganz neu reingekommen. Deswegen kenne ich mich noch nicht so aus. Mein erster Vorschlag wäre Mexiko. Genauer gesagt, die Halbinsel Yuganda. Ich kann dir einfach mal was dazu vorlesen, beziehungsweise erzählen. Land der Maya und Aztepen, Indios und Mestizen, Land mit unglaublicher Kultur, mit herrlichen Zeugnissen, präkolombianischer Kunst und aus der Kolonialzeit, gewaltige Pyramiden, geheimnisvolle Tempel. Wir sehen Chichen Itza und Uxmal mitten im Urwald, mit den Maya, gegründet von den Toltepen, erobert Pyramiden und Tempel. Zu Ehren des Schlangengottes, der Getzalkot-Tempel, der Kriegertempel und der Opferbrunnen, in dem Tausende von Menschen dem Wind- und Regengott geopfert wurden. Ja, das ist jetzt quasi nur erstmal die Einführung. Es gibt dort aber wirklich wunderschöne Strände und das Meer ist halt typisch karibisch. Und man kann eben in den Urwald fahren und dort die Pyramiden besichtigen. Das ist wirklich toll, ich war auch schon da. Das lohnt sich wirklich. Also da gibt es zum Beispiel in Playa del Carmen, gibt es wirklich ganz viele tolle Hotels mit All-Inclusive und Abendprogramm. Und du könntest dann die Ausflüge vor Ort buchen. Wie findest du das? Ja, ich zeig dir gerne noch andere Sachen. Ich hab natürlich noch viel, viel mehr Ideen dran. Brauchst du gar keine Angst vor? Ja, tauchen ist natürlich schon immer etwas Außergewöhnliches. Ja. Ich hätte nämlich noch die Idee mit Ägypten, Ägypten. Da kann man nämlich auch ganz, ganz viel kombinieren. Ägypten, 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 Ägypten. Darf ich dir dazu ein bisschen was erzählen, was ich da so vorschlagen würde? Denn da würde ich so ein bisschen eine Kombination vorschlagen. Du könntest zum Beispiel erst einmal nach Kairo fliegen und dir dort die Pyramiden anschauen. Kairo, Hauptstadt Ägyptens. Spuren frühester Siedlungen weisen bis in ihre pharaonischen Epochen zurück. Zur Blütezeit des arabischen Weltreichs war es eine der wichtigsten Städte des islamischen Kulturkreises. Und wenn du das nicht möchtest oder noch zusätzlich in Kombination, ich weiß ja gar nicht, wie lange du Zeit hast, spielt keine Rolle. Und zwar die Nilkreuzfahrt. Da hättest du wirklich deinen Anspruch an Kultur auf jeden Fall gedeckt. Und dann könnte man das kombinieren. Darf ich dir dazu was vorlesen? Die Nilkreuzfahrt Reiseablauf Von Kairo nach Luxor Besichtigungsprogramm Luxor Wie bei der klassischen Ägyptenreise Mit dem Schiff zur Besichtigung des Sato-Tempels nach Dendera Über Luxor mit dem Nildampfer nach Esna Zum Tchnum Tempel Weiterfahrt nach Edvo Zum Horus Tempel Die besterhaltene Tempelanlage Ägyptens Von Komombo zum Doppelheiligtum von Sobek Und Herr Reuers Die Nilkreuzfahrt endet in Asua Klar, das ist wirklich nur ein kleines, schönes Schiff Und da wackelt auch nichts Weil du dir darüber Sorgen machst Und danach könntest du noch eine Woche Tauchurlaub machen Und da finden wir dann eine andere Staffe noch Da gibt es ganz viel in Ägypten Und das ist auch gar nicht so teuer Okay, ja, es ist schon so, dass das dann alles geführt wird quasi Also man bucht es auf dem Schiff Und es ist schon so ein bisschen reisengruppenmäßig, ja Bin ich ehrlich, ja Okay, das ist nicht so deins Verstehe ich Okay, dann habe ich natürlich noch einen weiteren Vorschlag Ach, ich würde auch so gerne in den Urlaub fahren Ich bin so urlaubsreif Das glaubst du gar nicht Da haben wir es Da haben wir es Also, ich bin ehrlich Man muss es mögen Thailand 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 Und ich würde dir empfehlen In Bangkok Zu beginnen Denn in Bangkok Gibt es wirklich Sehr, sehr viel anzuschauen Aber Das würde jetzt auch viel zu weit gehen Wenn ich dir das alles erzähle Also wirklich Vom Tempel Über verschiedene Parks Und Museen Also das Ist wirklich, wirklich Sehr, sehr umfangreich Und dann Ginge es Dort Weiter Nach Koh Tao Zum Tauchen Die Insel ist auch nicht Besonders touristisch Also es sind halt nur Taucher Weil sonst gibt es da nicht so viel Das interessiert dich Soll ich dir da Noch mehr zeigen Einfach Ich mache es dir ein bisschen schmackhaft Den Urlaub, ja Okay Ja Dann gehen wir doch Als erstes mal Von Anfang an Alles so durch Okay Was ich dir Empfehlen würde Ich würde dir dann auch Diese Dieses Bruch hier Wirklich Ans Herz legen Und dass du dich dann Bis zum Urlaub Ein bisschen Darüber informierst Damit du dir da schon Vorhinein überlegst Was du gerne alles Sehen würdest So Und zwar Bangkok Schau mal Alleine Das alles Da geht es Um Bangkok Was ich dir auf jeden Fall Empfehlen würde Wär der Watt Buh Watt Buh Watt Buh Watt watching Watt Es gibt einfach zu viel. Darf ich dir dann schon mal ein Hotel empfehlen? Ja, ach doch. Dazu bräuchte ich jetzt aber noch ein bisschen mehr Informationen. Wie viele Personen? Zwei. Und was habt ihr so für Ansprüche? Ansprüche, also eher im Luxusbereich oder darf es auch etwas, ja, nicht ganz anspruchsvoll sein. Vom Preis her, also Thailand ist hier relativ günstig, aber es gibt in Bangkok schon auch ganz schöne teure Ecken. Okay. Ich kann dir nur empfehlen, kein All-Inclusive oder auch Halbpensium zu nehmen, weil du wirklich in Thailand kannst du an jeder Straßenecke essen. Ich zeige dir einfach mal, wie das so aussieht, was man da so kriegt. Ja, so sieht das Essen aus. Natürlich muss einem das Asiatische schon zusagen. Aber, das ist auch viel günstiger als im Hotel und auch viel spannender. Und ihr bringt es auch verrücktere Sachen. Schaut dir das mal an. Hier, das ganze Gericht in einer Ananas. Und hier, das ist doch mal leckere Zuckerwatte. 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 Zuckerwatte mit Einhorn. Zuckerwatte mit Einhorn. Zuckerwatte mit Einhorn. Ja, das nur so nebenbei. Also ich würde wirklich nur mit Frühstück empfehlen. Machen auch die meisten Hotels. Ja, und ich würde auch empfehlen, das irgendwie zentral zu machen, weil Bangkok ist wirklich riesig. Und wenn man dann zu sehr außerhalb ist, dann kommt man echt nirgendwo hin oder es dauert Stunden. Weil mit dem Autotaxi würde ich nicht fahren, sondern eher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und hier habe ich einen kleinen Ausschnitt aus einer Karte. Hier geht der Skytrain entlang. Und hier sind überall außenrum Hotels. Und mit diesem Skytrain kommt man wirklich überall hin. Wäre das in Ordnung? Okay, dann schau ich mal. Du hattest ganz am Anfang gesagt Februar, März, gell? Okay, schau mal. Freie Zimmer sitzt auch relativ spontan. Und zwar gibt es noch freie Zimmer im Hotel Ambasador Bangkok. Das wäre hier ganz in der Nähe der Station Nana und auch nicht weit weg von der Station Asok. Dann ist, haben wir hier auch ein Einkaufszentrum. Die Einkaufszentren muss man gesehen haben in Thailand. Die sind einfach nur verrückt. Du hieß das Terminal 21 Asok. Terminal 21 Asok. Terminal 21 Asok. Ja, ist das für dich in Ordnung? Okay. Super. Wie viele Nächte möchtest du? Also mehr als drei, vier würde ich gar nicht machen. Das reicht für Bangkok. Und wenn ihr zurückkommt von Kutau, dann könnt ihr da auch noch mal in zwei Nächte bleiben. Ja. Okay, dann. Hab ich das schon mal reserviert für drei Nächte? Und dann würde es nach... Ihr könnt mit dem Bus fahren nach Jampon und mit der Fähre nach Kutau. Oder ihr fliegt nach Koh Samui oder mit der Fähre nach Kutau. Was ist euch lieber? Ja, weißt du das jetzt schon? Fliegen. Okay, also quasi nach Koh Samui fliegen. Dann könnt ihr natürlich auch noch ein paar Nächte in Koh Samui bleiben. Nee, okay. Ja, ist natürlich sehr touristisch inzwischen. Dann soll ich kurz was zu Kutau sagen. Wollte ich auch einfach nochmal vorlesen. Die 40 Kilometer nördlich von Koh Phangan liegende Schildkröteninsel ist als kleinste der Ferieninseln im Koh Samui-Archipel. Sogleich die schönste, als besondere Attraktion gelten die Tauchgründe. Vor Kutau, wegen des klaren Wassers, der abwechslungsreichen Tauchplätze, der exotischen Korallenbauten und der atemreichen Meeresfauna gehört Kutau zu den schönsten Tauchregionen des Landes. Hauptziele für Taucher sind Greenrock, Jump on Pinnacle und Southwest Pinnacle. Wegen der seichten Buchten und des klaren Wassers eignen sich viele Plätze auch für Anfänger. Im Mai hat man oft die maximale Sicht von 40 Metern. Auf der Insel gibt es rund 10 ganzjährige geöffnete Tauchzentren. Hauptsaison ist von Dezember bis April. Die zerklüftete Insel wird im Inneren von Wald überzogen. An ihrer Ostküste finden sich abgelegene Höhlen, an der Westküste ausgedehnte Sandstrände. Es gibt zahlreiche einfache Bunkerloos, die in der Hochsaison jedoch ausgebucht sein können. Faulenzen könnte man auch auf den drei Kunanjuan-Inseln, die Kutau im Nordwesten vorgelagert sind, sind durch Sandbänke mit Lämmer verbunden und von korallen Riffen umgeben. Klingt das nicht wunderbar? Schau, hier kannst du nochmal. Da gibt es ein Bild, ein Tauchbild. Und das hier ist auch ganz typisch für Kutau. Jetzt bist du dir ganz sicher? Ja. Gut, also wenn du tauchen möchtest, gibt es meiner Meinung nach nur eine Unterkunft, die wirklich empfehlenswert ist. Und das ist Burns Diving Resort. Dort kannst du wirklich vor Ort deine Kurse buchen. Das musst du hier nicht machen. Das ist auch ehrlich gesagt viel günstiger. Da würde ich dir gerne was zeigen. Und hier habe ich jetzt meinen Pool auf dem Stift gelöst. Stift, 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 stift. So und zwar, das wäre einer der Pools. Und da könnte man eben in so einem kleinen Apartment sich aufhalten. Und hier habe ich auch den Plan. So, genau. Also hier unten ist quasi das Meer und die Parallelstraße zum Meer. Dort ist dann auch die Fischwollbar. Da wird abends auch gefeiert. Und die Rezeption und die günstigeren Unterkünfte. Denn dadurch, dass hier immer gefeiert wird und auch nebendran ist das hier ganz schön laut. Also ich würde wirklich weiter oben was buchen. Da habt ihr Ruhe. Und man kann ja hier, man ist da wirklich relativ schnell unten. Und genau, also so hier. Hier würde ich es empfehlen. Ja. Ich könnte dir ein Zimmer zeigen. Das wäre zum Beispiel so ein Zimmer mit Blick auf den Dschungel. In den Dschungel. Deswegen heißt es auch Jungle House. Jungle House. Jungle House. Jungle, Jungle, Jungle. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, buchen wir das so. Und die Tauchkurse kannst du einfach vor Ort buchen. Siehst du dann, ob es was für dich ist. Da kannst du auch erstmal den Anfängerkurs machen. Und dann gleich den fortgeschrittenen Kurs. Aber muss man gucken. Auch wenn man sich ergältet hat oder so. Kann man es nicht machen. Deswegen. Es geht vor Ort wirklich. Es ist kein Problem. Keine Sorge. Wie viele Tage? Zehn Tage. Ja. Da kann man sich noch entspannen. Am Pool. Ja. Zehn Tage. Dann im Dschungelhaus. Da bist du doch lieber näher an den Strand. Also ich sag dir, man kann da echt nicht schlafen. Dschungelhaus. 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 Auch wieder nur mit Frühstück. Dschungelhaus. 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 Frankfurt, ja. Jetzt habe ich hier zwei Optionen. Und zwar einmal konntest du quasi mit den Thai Airwaves fliegen nach Bangkok oder mit den Emirates. Das ist aber über Dubai. Macht ein Preisunterschied von 200 Euro. Also 200 Euro teuer sind die Thai Airwaves. Emirates. Ja. Economy. Okay. Gut. Dann buchen wir dann gleich hin und Rückflug. Ja, machen wir. Okay. Dann haben wir ja gesagt, auch noch den Flug von von Bangkok nach Koh Samui. Da gehen nur die Bangkok Airwaves, weil nur die haben die Erlaubnis, in Koh Samui zu landen. Es gibt keine andere Fluggesellschaft, die da landen darf. Dann machen wir das Bangkok Airwaves. Kommt nochmal 100 Euro pro Person drauf. Genau. Und dann mit dem Katamaran. 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 Dann nach Kotao. Okay. Ja gut. Dann wäre das schon alles gebot. Ich habe schon deine Tickets. Ja. Die kann ich dir gleich mitgeben. Hast du sonst noch irgendwelche Fragen? Oder passt das so? Passt alles? Sehr schön. Ja, also du kannst mich auch immer noch anrufen und stornieren kannst du noch 14 Tage lang. Aber ich glaube, das möchtest du gar nicht. Super. Dann gebe ich dir deine Tickets. Bitteschön. Und alles andere würde ich dir per Mail zuschicken. Okay. Alle kannst du einfach ausdrucken oder auch einfach nur den QR-Code auf deinem Handy zeigen. Gut. Sehr schön. Ähm, falls noch Informationen fehlen, wenn da noch Rückfragen kommen, dann melde ich mich einfach bei dir. Okay. Ah, noch eine Frage. Wolltest du denn jetzt dieses Buch kaufen? Die Rechnung, die kriegst du auch zugeschickt. Da habe ich ganz vergessen zu sagen. Möchtest du dieses Buch kaufen? Es lohnt sich wirklich. Vielleicht mach dir da ja nur noch eine spontane Ausfüllung an, woher. Ja. Super. Dann lege ich das dazu und schreibe es dir auf die Rechnung, die, wie gesagt, ich dir, die ich dir bald schicke. Ja. Ob du hier dieses... Nein, das möchte ich schon bei dieses übermoderne Prospekt. Okay. Gut. Dann danke, dass du hier warst und ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Tschüss. 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 Tietzvourgan, Tschüss, Tschüss. dependence extrem